Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich mute Ihnen also jetzt einen Wechsel zu, den ich vielleicht am besten umschreiben kann mit einem Zitat aus einem Brief von Reinhold Schneider an Werner Bergengrün Das Haus von Bergengrün war gerade verbombt Das teilte Bergengrün Schneider mit und da war ein Satz, der mir eigentlich das Verhältnis zwischen beiden und auch, und darum geht es mir, die Funktion der beiden in der Gesellschaft, die ich heute vor ihr Auge rücken will, deutlich macht Der Dichter, schreibt Reinhold Schneider zum Trost Der Dichter ist in seinem tiefsten Wesen nach, ja ohne Haus Der Dichter ist in seinem tiefsten Wesen nach, ja ohne Haus Und als ich diesen Satz las, dachte ich, das ist eigentlich die Beschreibung der inneren Emigration Mir kommt es also jetzt nicht darauf an, dass ich vor ihr Auge stelle Wann, wer, was, wie sich mal kritisch gegenüber dem Regime distanziert geäußert hätte Wann er eine Bemerkung über Hitler gemacht hätte So viele gibt es da gar nicht, Herr Scholz, Sie werden das bestätigen Sondern mir kommt es darauf an, deutlich zu machen, was das Werk dieser beiden zusammen mit ihrer Freundschaft eigentlich für die Menschen bedeuteten, die im Dritten Reich lebten Und in diesem Dritten Reich nicht zu Hause waren Also ich wende mich ganz entschieden ab von einem biografischen Ansatz Das können andere viel besser Sondern ich frage nach der Funktion und nehme dabei einen Satz auf, Herr Scholz Den Sie von Adorno genommen haben und der uns natürlich bewegt Lässt sich ein Leben im Unrechtsstaat führen und wenn ja, überhaupt oder wie? Unter welchen Bedingungen? Und diese Frage beschäftigt eigentlich seit 1945 immer wieder die Menschen, die über das Jahr nachdenken Aber die Antworten, die sie gegeben haben, die nahmen eigentlich an Rigidität zu Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, würde heute wahrscheinlich angesichts der Kenntnisse der Verbrechen des NS-Regimes Kaum noch jemand sagen, dass man legitim in diesem Dritten Reich innerlich emigrieren konnte Wir haben durch Filme, durch Medien, durch öffentliche Debatten eigentlich eine rigide Einstellung bekommen Die haben die vielleicht erklärt, warum sich heute so viele von Reinhold Schneider und Bergengrün abwenden Die hatten eine rigide Einstellung zu ihrer Zeit Aber es verlangt schon ganz starke Leistungen im Transfer von dem, was man liest Von dem, worüber diejenigen schreiben, die diese Texte uns geschenkt haben Und die Übertragung dieser Erfahrungen in unsere Gegenwart, in unsere Wirklichkeit Ich glaube, die Transferfähigkeit, die jede Bearbeitung von Literatur voraussetzt Die ist besonders gefordert, wenn man sich mit Reinhold Schneider und Werner Bergengrün beschäftigt Und ich rede da durchaus von mir Ich wohne seit zwölf Jahren in Baden-Baden Und zu meinen Prinzipien gehört es, dass ich mir eigentlich die Schriftsteller anschaue Die mit dieser Stadt verbunden sind Und das sind nun nach Flake ist es vor allen Dingen Bergengrün Und das ist vor allen Dingen Reinhold Schneider Und so, Herr Mayer wird es bestätigen, bin ich zu Reinhold Schneider gekommen Sie haben ihn schon als Junge erlebt, gewissermaßen in seiner Heiligkeit Denn ich habe mir sagen lassen, und da schreibt übrigens auch Bergengrün in einem Brief Die Freiburger waren eigentlich jahrelang fest überzeugt Solange wie Reinhold Schneider in ihrer Stadt lebt, gibt es kein Bombardement Also er lebte nicht nur heiligmäßig, sondern er lebte auch als Anerkannte Im Folgenden möchte ich einige Wege und Leistungen, Anstöße und Nachwirkungen Der beiden bis in die 50er Jahre wohl meistgelesenen Schriftsteller waren Das ist der Hintergrund von Popculture Populär war er, 600.000 Auflage von Novellen Ich kenne überhaupt keinen, der das schafft Nicht mal Karl Marx als Weltauflage Ich möchte also nicht nur einen Blick auf die beiden Protagonisten werfen Sondern ich möchte auch versuchen, ihre Wirkung anzudeuten Ich bin ja Widerstandshistoriker Und als Widerstandshistoriker habe ich ein ganz großes Problem zu bewältigen Ich muss nicht nur unterschiedliche Menschen in ihren vielfältigen Weltanschauungen würdigen lernen Ob Katholiken, Christen, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter Alle gehören ja dazu Sondern ich möchte versuchen herauszubekommen Warum es diesen Menschen möglich war Widerstand gegen das Dritte Reich zu leisten Das fällt nun bei denjenigen leicht Eine Antwort fällt leicht Bei denjenigen, die von Anfang an zu den geborenen Gegnern des Nationalsozialismus gehören Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter Alles das, was die Nationalsozialisten als Marxisten bezeichneten, gehörten dazu Das Bürgertum gehört eigentlich nicht zu den geborenen Gegnern des Nationalsozialismus Sondern einige Vertreter dieser Gruppe Menschen Werden im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit der Realität des Dritten Reiches zum Regimegegner Sie nehmen wahr, was sich ereignet Sie bewerten das Sie empören sich Und einige handeln Hinsehen, empören, handeln Das ist eigentlich der Dreischritt Und aus dem Bürgertum kamen eben viele Regimegegner Die sich dann nachher im Umfeld des 20. Juli konzentrieren Die zunächst einmal Viele Ziele, die die Nationalsozialisten propagiert haben Mit den Nationalsozialisten teilten Es ist also ein Prozess Und die Frage, die ich mir stelle Ist, welche Rolle spielte bei dem Prozess wachsender Erkenntnis Literatur Eine Widerständigkeitshaltung fällt in der Regel nicht vom Himmel Die muss man sich erarbeiten Die muss man gewissermaßen studieren Und dabei kann Literatur durchaus eine wichtige Rolle spielen Jetzt könnten Sie mich fragen Beweisen Sie das? Ich könnte es Ihnen ja nur beweisen Wenn ich Leselisten von Regimegegnern hätte Die Frage lässt sich nur beantworten Wenn wir Regimegegner, spätere Regimegegner erforschen Die einen dichten Briefwechsel haben Molke Oder die Tagebücher geschrieben haben Willi Graf Oder die Rezensionen geschrieben haben Wie Alfred Delp Da wissen wir ganz genau Was sie gelesen haben Und da können wir auch nachzeichnen Wie sie mit dieser Literatur umgehen Wie sie sie verarbeiten Ein Rezensient wird ja nicht nur nacherzählen, was er liest Sondern er wird sich selbst das Gelesene anverwandeln Und wird im Grunde aus einer guten Besprechung etwas ganz Eigenes machen Etwas, was vielleicht das Buch, das man liest, nur zum Anlass nimmt Um etwas ganz anderes zu sagen Schneider und Bergenbrün wollten, wie sie später betont haben Durch ihre Dichtung sich selbst und ihren Lesern Eine Möglichkeit eröffnen, angesichts totalitärer Versuchungen zu bestehen Das ist eine These Das ist eine These, die allerdings belegt werden kann Denn in dem Briefwechsel zwischen Bergengrün und Schneider Da schreibt wiederum Reinhold Schneider an Bergengrün Am selben Tag An dem er sagt Der Dichter ist in seinem tiefsten Wesen nach ja ohne Haus Die tiefste Not dieser Zeit zu erfahren und zu überwinden Das ist die Aufgabe des Schriftstellers Und es geht weiter Damit andere die Überwindung von ihnen lernen Immer, immer hatten beide die anderen im Auge Sie schrieben für sich, sie klärten für sich Verhältnisse Schreiben ist immer ein Selbstklärungsprozess Aber sie hatten immer auch die Hoffnung Dass andere aus den Ergebnissen ihrer Arbeit Aus der Niederschrift lernen würden Die Zeit, in der sie lebten und die sie bedrängten Zu überwinden Und das ist natürlich für einen Historiker eine atemberaubende Aussage Denn dann bekommt ein Text plötzlich eine ganz andere Funktion Als etwa für einen Literaturwissenschaftler Der Text wird zur Quelle Zur mentalitätsgeschichtlichen Quelle Er schließt im Grunde Denken auf Und wenn wir jetzt noch Regimegegner fänden Die über diese Texte reflektiert hätten Dann hätten wir gewissermaßen einen Beleg Für die Wirkung, für die historische, für die umstürzende Wirkung dieser Texte Das ist das eine Das zweite, was mich persönlich an den Texten von Bergengrün und Schneider fasziniert hat War, dass sie im Grunde ihre Zeit durchschauten Metaphorisch beschrieben, der Großtyran und das Gericht Aber vorausschauend beschrieben In seinen Erinnerungen, in seinen Schriftstellererinnerungen Hat Bergengrün geschrieben Ich fing 1926 an, über diesen Roman nachzudenken Das ist ein Roman, der kam zur rechten Zeit Der kam zur rechten Zeit Genauso wie Las Casas vor Karl V Das Merkwürdige ist Schneider schickt seinen Las Casas sofort an Bergengrün Es ist wenige Tage nach dem Novemberpogrom Aber Bergengrün schreibt darüber nichts In seinen Briefen Er stellt die Verbindung nicht her Herr Scholl, wenn wir jetzt gewissermaßen Die zeitgenossischen Interpretatoren ins Auge nehmen Dann würden sie sagen Der Bergengrün, der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht Denn der drückt überhaupt nicht seine Empörung aus Über diese Verbrechen Nein Ich glaube, dass zwischen den beiden so stillschweigend Die Übereinstimmung da war Dass man das gar nicht sagen musste Das musste gewissermaßen nicht ausgedrückt werden Damit bin ich bei einem dritten Problem Das ich als Historiker habe Ich bin als Historiker ja auch in meiner Zeit verwurzelt Und wende mich mit meinen Deutungen von Schneider und Bergengrün An Zeitgenossen Und diese Zeitgenossen Die haben nun ein ganz anderes Verhältnis Zur Emigration, zum Widerstand Zur Widerstandsrecht Dass ja Artikel 20.4 Grundgesetz Sogar verfassungsrechtlich verankert ist Und machen nun insgeheim Angesichts der Realität des Dritten Reiches Daraus eine Widerstandspflicht Und verlieren die Fähigkeit Ins Zwischenladen zu denken Wer nur weiß und schwarz kennt Wird nie einen Sinn für grau entwickeln Und grau, ich glaube, das ist im Grunde der Stoff Aus dem vieles Historische ist Die wachsende Rigidität, die wir heute beobachten Die moralische, die moralisierende Rigidität Berührt inzwischen ganz viele Beispiele Sie werden in drei Jahren an mich denken Wir werden nur über Luthers Antisemitismus diskutieren Sie haben es bei Rommel erlebt Pius XII., Bischof Meiser, Stauffenberg Zitiert wird eigentlich immer nur der Brief an Nina Wo er sich über die Polen auslässt Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Lage Zu begreifen, dass diese Rigidität In der Realität des Dritten Reiches Nicht das Gegebene war Sondern aus Zwischenlagen bestand Nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel Graf Sponek Graf Sponek ist als Divisionskommandeur Bis vor Moskau vorgedrungen Er gehörte zu der Gruppe Reichenau Von Reichenau haben wir eigentlich Die furchtbarsten antibolschewistischen Befehle Schon wird Sponek mit diesen Befehlen identifiziert Er nimmt die Halbinsel Krim ein Er ist bei Kerch eingesetzt Kerch kennt der eine oder andere von ihnen Vielleicht eines der am traurigsten stimmenden Fotos Aus dem Zweiten Weltkrieg Stammt von Kerch Russische Frauen beweihen Leichen Kerch Auf Kerch wird die Situation für die Division Die Sponek befiehlt sehr sehr kritisch Und gegen den Befehl Hitlers Befiehlt er den Rückzug Und wird verhaftet Wird verurteilt Wird in Festungshaft genommen In Germersheim Und wird zweifellos Im Zusammenhang mit dem 20. Juli Am 23. Juli 1944 Ermordet So Das meine ich mit Grau Da haben sie den Offizier Der in Russland kämpft Der in Kerch kämpft Der einen Befehl verweigert Der drei Jahre Festungshaft hinter sich bringt Und der dann verhaftet wird Das ist fast ein Stoff Den Reinhold Schneider hätte bearbeiten können Denn in dieser Realität Sind alle Wirklichkeiten Des Krieges Von Schuld und Verstrickung angelegt Und damit bin ich bei einem vierten Problem Das ich habe Ich kenne keine Schriftsteller Die so intensiv Über Schuld Verhängnis Verantwortung Nachgedacht hätten Wie Schneider Und Bergengrün Und ich glaube Ich begebe keinen sickeren Weg Wenn ich sage Da war Schneider Noch viel intensiver Als Bergengrün Bergengrün Beschrieb eigentlich die Wirklichkeit Ja Und gab Bezugspunkte Zur kritischen Distanzierung Von dieser Wirklichkeit Im Himmel Wie auf Erden Ja Wer 400 Jahre Transfer Hinbekommt Der weiß Der weiß Dass das Totalitäre Dass er 1534 in Berlin Angesichts einer Katastrophe sieht Durchaus Übertragbar ist Aber bei Schneider Geht es im Grunde Noch eine Noch eine Stufe tiefer Weil er sich selbst einbezieht Weil er selbst unter seiner Schuld leidet Weil er permanent selbst über seine Schuld reflektiert Sich nie als Heiligen bezeichnen würde Ja Sondern immer das Gefühl hat Ich bin eigentlich mitten In diese Schuld gestellt Aus einem ganz einfachen Grund Weil Leben heißt schuldig werden Leben heißt schuldig werden Und das ist eine Einsicht Die im Dritten Reich Im nationalsozialistischen Regime Geradezu distanzierend wirken muss Von den Verhältnissen In die Menschen gestellt werden Wir haben Fünfte These Heute Ganz andere Grundnarrative Ich habe neulich In einem In einem Fötungartikel Das Fötung ist ja Heute schon öfter zitiert worden Gelesen Der Held heutiger Romane Ist nicht mehr der Einsame Der Grübler Der an der Welt leidende Der sich auf Werte und Maßstäbe Beziehende Protagonist Sondern Das Zeitgenössische Soll in jedem Nebensatz Sichtbar sein Das gilt Weder für Bergengrün Noch für Schneider Sondern sie brauchen Die Distanz von Jahrhunderten Um etwas über ihre Zeit Auszusagen Sie setzen also im Grunde Ein Leser voraus Der historisch kompetent ist Der gebildet ist Und er fähig ist Übertragung vorzunehmen Ich erinnere mich an eine Geschichte Von Schneider Die mich also wirklich Zutiefst gerührt hat Thomas Morus Hat einen Traum Er steht unmittelbar Vor seiner Hinrichtung Kennt einer von Ihnen Die Traum des Thomas Morus Einer der Ganz großen Institutionalisten Der politischen Theoretiker Unseres Unseres Fachs Herr Mayer Ich werde jetzt nicht mit Ihnen Konkurrieren In der politischen Theorie Aber ich glaube Thomas Morus Brauchen wir Weil er das Gefühl hat Immer der Mensch Ist eigentlich schlecht Der Mensch handelt böse Und deshalb Die Frage stellt Wie kann ich denn Diese Neigung Zum Bösen Zum Übervorteilen Des Anderen Reduzieren Und Thomas Morus Gibt die Antwort Die gefällt uns dann Durch Institutionen Die Verhalten Regeln Verhalten Regulieren Sichermachen Berechenbar machen Und dieser Thomas Morus Wird nun von seinem König Zum Tode verurteilt Und sitzt in der Todeszelle Und hat einen Traum Und rechnet in diesem Traum Mit dem Gewaltherrscher ab Ich möchte den Leser Sehen Der bei der Lektüre Dieser Texte Nicht an das Nationalsozialistische Regime denkt Weiterhin Braucht der Moderne Roman Heute eigentlich Eine Eigenschaft Er braucht Verfilmbarkeit Alles das Was Romane Die wir lesen Achten Sie mal drauf Eignen sich eigentlich Als Drehbücher Wir gehen heute schon so weit Dass wir Romane dramatisieren Das Funktioniert Bei Schneider Gar nicht Und bei Bergengrün Schlecht Bei Bergengrün Schlecht Denn Sie schildern eigentlich Innere Ebenen Verarbeitung von Wirklichkeit Innere Monologe Die suchen nach Maßstäben Die sie selbst schaffen Und die sie dann Im Grunde Auf eine andere Zeit Anwenden Dabei gelingt es ihnen Manchmal Situationen zu beschreiben Die schlagartig Deutlich machen Woran sie Ihre Zeit Eigentlich leiden sehen Das ist eigentlich Das Überzeitliche Am Großturan Das ist Das Überzeitliche Am Im Himmel Wie auf Erden Worum geht es Im Großturan Geht es eigentlich Um einen Entfesselten Sich selbst Entfesselnden Mit den Untertanen Spielenden Herrscher Der seine Macht Ausübt Und der irgendwann An den Punkt kommt Wo er sagt Ich selbst Bin schuldig Das hat Hitler Nie gesagt Ja Das ist der Traum Aber Dass es einen Machthaber gibt Der alle Grenzen Überspringt Der seinen Untertanen Zumutet Gewissermaßen Unglaubliches Das konnte man Aus diesem Roman Lesen Und worum geht es In Himmel und Auf Erden Es geht eigentlich Um Um Angst Um Angst Und Furcht Angst Und Furcht Als ich 1987 Mal in der DDR war Die es damals noch gab Und An einer Zeitschrift Arbeitete Kirchliche Zeitgeschichte Die es heute noch gibt Da traf ich Auf einen Kollegen Aus Aus der DDR Martin Onasch Und wir saßen In einem Raum Und ich guckte So zur Decke Und sagte Können wir denn hier Überhaupt frei reden Und Onasch Sagte Wissen Sie Wenn Sie jetzt schon Angst haben Dann können wir es lassen Wenn wir jetzt schon Angst haben Dann können wir es lassen Es geht also Im Grunde In diesem Roman Darum Dass man die Folgen Von Furcht Und Angst Die letztlich dann In den Wahnsinn Eines übermächtigen Systems mündet Anspricht Es ist also ein Roman Der Verhältnisse klären will In denen die Menschen Leben Und man kann es natürlich Zum Teil auch Deutlicher Bei Bei Schneider Wie auch Bei Bergengrün finden Im Kamoisch Einem der ersten Großen Arbeiten Von Schneider Schildert Schneider Die zweite Fahrt Des Vasco da Gama Nach Indien Dessen Schiff Kreuzt den Weg Eines arabischen Kauffahrers Mit Mekka-Pilgern Es kommt zu einem Clash der Kulturen Wie wir heute Sagen würden Ich zitiere Die Portugiesen Rauben alles Dann bohren sie Mit ein paar Schüssen Das Schiff In den Grund Es sind Menschen Die sie nie gesehen haben Es ist kein Krieg Die anderen sind nicht Bewaffnet Aber in Indien Ist alles frei Vor Kalikut Fordert Vasco Anschließend Ich zitiere Weiter Schneider Die Austreibung Aller Araber Das heißt Von 5000 Familien Den wichtigsten Kaufleuten Der Samurin Von Kalikut Weist die Forderung Zurück Inzwischen Haben die Portugiesen Beim Landen Eine beträchtliche Anzahl Maurischer Kaufleute Gefangen genommen Die dazu dienen sollen Dem Samurin Furcht einzuflößen Ihre Schiffe Die im Hafen liegen Wurden bereits Ausgeraubt Entfesselt Überwältigt Von allen Teufeln In einer Grausamkeit Befiehlt Vasco da Gama Den Gefangenen Ein Zeitgenosse Versichert Dass es mehr als 800 waren Nasen Ohren Und Hände Abzuhauen Und zwei Schiffe Zu richten Das eine Wird mit den Abgeschnittenen Gliedern beladen Das andere Mit den Verstümmelten Selbst Im ersten sitzt Ein solcher Verstümmelter An dessen Nacken Ein Brief An den Samurin Befestigt ist Aber Vasco da Gama Hat sich noch Nicht gerecht Er lässt Den blutüberströmten Körpern Im zweiten Schiff Die Füße Zusammenbinden Und Damit sie sich Nicht mit den Zähnen Befreien können In die Zähne Mit den Keulen Einschlagen Dann werden Matten Über sie geworfen Diese mit Öl Begossen Und im Brand Es wurde Es wurde Anders gelesen Und es wurde Während des Krieges Anders gelesen Das heißt also Bergengrün Hatte wie Schneider Die Absicht Die Wirklichkeit Symbolisch Deutsche Realität Deutsche Realität Hätte sich immer Unheimlicher Seiner Romankonzeption Im Himmel Wie auf Erden Angenähert Den Schneider Ging es Schneider Um die Konfrontation Menschlicher Unmacht So schreibt er Unmacht Mit der Stärke Des Glaubens So nahm auch Bergengrün Einen Auftrag an Der symptomatisch Für seine Sicht Von der stärkenden Kraft des Menschen War Es war geprägt Durch Angst Und Furcht Sein Auftrag War es also Angst zu überwinden Furcht zu besiegen Die Parallelität Der Erscheinungen Aus dem frühen 16. Jahrhundert Und des 20. Jahrhunderts Konnten die Augen Öffnen Die Überwindung Der Angst Die Besiegung Der Furcht Führten allerdings Nicht in einen Heroismus Sondern In die Anerkennung Des Schicksals In die Kraft Des Ertragens Inzwischen sind wir Auch genauer Über das Leseverhalten Der Regimegegner Informiert Um bezweifeln zu können Dass diese Texte Eine Funktion Nicht nur für die Schriftsteller Sondern auch Für die Leser hatten Die Dichtungen Sind deshalb Zeugnisse Einer Selbstbehauptung Der Schriftsteller Auch mit Hilfe Zur Daseinsbewältigung Und Orientierung Der Leser Manche Schriftsteller Bezahlten ihre Selbst Behauptung Und Beharrung Im Lande Wie Klepper Mit dem Leben Andere Rechtfertigten sie Später Wie Schneider Ich kann Nur leben Mit meinem Volke Ich möchte Und muss Seinen Weg Mitgehen Schritt für Schritt So hoch Ich diejenigen Achte Die Ausgesinnung Emigrierten So habe ich doch Nie daran gedacht Deutschland zu verlassen Es hat sich auch ergeben Dass eine geistige Einwirkung Auf ein der Diktatur Unterworfenes Land Von außen Kaum möglich ist Die schrieb er allerdings 1954 Im Rückblick In einer Zeit In der er eigentlich Seinen oppositionellen Weg Schon fortsetzte Und da schrieb er auch An Bergengrün Der eine Hält mich für dumm Der andere Für unterbemittelt Und der andere Für verblendet Dumm meint der Adenauer Der Schneider Nicht verziehen hat Dass er 1950 51 52 Gesamtdeutsch Denken Wollte Gesamtdeutsch Denken Wollte In der Tat Hatten sich Schneider Und Bergengrün Nicht nur Vor 1945 Sondern auch Nach 1945 Von den Sogströmungen Des Massengeschmacks Absetzen können Das ist doch was Sie hatten 1933 Mit keiner Zeile Den Nationalsozialismus Gehuldigt Und der Schollt hat auch Deutlich gemacht Dass selbst Diese Zeilen Die man Die man Zunächst einmal Als eine Verneigung Vor dem Zeitgeschmack Interpretieren Konnte Das Gerade Nicht Waren Nicht so nach dem Motto Und setze dir Nicht das Leben ein So wird Durch das Leben Nicht Gewonnen Sein Das war es Nicht Sondern Das Leben Wird Verloren Nach 1945 Übernehmen Beide Obwohl sie es Gut könnten Denn sie sind Immer wieder Mit dem Regime Zusammengestoßen Schneider Stand sogar Man muss es Heute so sagen In einem Prozess Vor dem Volksgerichtshof Von denen ihnen wirklich Nur ein Zuverrettete Treten sie nicht Denen an die Seite Die Die Deutschen Anklagen Wegen Ihrer Schuld Sie Nehmen auch Keine Partei In der großen Kontroverse Zwischen Thomas Mann Und Molung Und Thies Obwohl sie es Sehr sehr gut Könnten Es ging darum Dass Thomas Mann Behauptet hatte Alles das Was im Lande Geschrieben ist Sei eigentlich Wertlos Ja Bitte Plunder Ja Wie auch immer Ja Molo Reagierte Und sagte Sie haben gut Reden Sie sitzen Auf den Logenplätzen Der Weltgeschichte Und wir Wir sitzen Mittendrin Es gibt Anfragen An Schneider Im Nachlass Er möge Sich doch äußern Er Könner Er tat Es nicht Weil er Ganz eindeutig Eine ganz Andere Bewertungsebene Hatten Sie Sowohl Bergengrün Als auch Schneider Kommen nach 1945 Wissermaßen In die Situation Dass sie die Konsequenz Aus der Position Der inneren Emigration Ziehen können Und sie Liefern uns Sonette Und Gedichte Die Die Existenz Der Menschen Blitzartig Trafen Blitzartig Trafen Von Bergengrün Wird überhaupt Nicht Groß Noch einmal Angeknüpft An der alte Kaiser An Gedichte Die im Grunde Richtig Antityrannischen Ton haben Sondern Nun Wenden sie sich Eigentlich der Deutung Dieser Wirklichkeit Zu Sie haben Um eine ganz Große Hoffnung Nach dieser Verwüstung Der Moral Der Maßstäbe Der Koordinaten Humaner Orientierung Könnte etwas Neues Entstehen Und Sie erkennen Anfang der 50er Jahre Dass sie sich Getäuscht haben Das macht Der Brief Wechsel Zwischen Beiden Ganz klar Bergengrün Mischt ein Ein bisschen Stärker Mit Als Schneider Er Wird Zum Pennen Und Kritisiert Auch Die Kraft Die Er Dort Hineinstecken Muss Und Eigentlich Sind Das Auch Eigentlich Ergebnisse Diskussionen Die Zu Wenig Führen Und Da Passiert Nun In Der Bewürdigung Der Klarheit In der Reinhold Schneider Seinen Weg Weiter Geht Etwas Ganz Überraschendes Der Erfolgreiche Schriftsteller Bergengrün Unterwirft sich Eigentlich Reinhold Schneider In seinem Urteil Er sagt Ich bin Eigentlich Von der Art Dass ich Immer zur Seite Ausbreche Mich kann Man Ablenken Ja Ich Verfolge Auch mal Zeitungsartikel Aber Ihnen Oder Ja Ihnen Herr Schneider Sie Duzen Sicher Nicht Ihnen Herr Schneider Muss ich Einfach Sagen Ihnen Geht Es Um Das Gewichtige Um Das Absolute Um Das Wirklich Wichtige Bergengrün Sieht Sich Im Grunde Als Ein Schriftsteller Der Seiner Zeit Geschichten Erzählt Die Sind Nicht Mehr So Existenziell Herausfordernd Die Sind Schön Die Erinnern Eigentlich An Eine Untergegangene Kultur Der Letzte Rittmeister Die Letzte Rittmeisterin Ja Das Ist Etwas Auch Der Brief Wechsel Schließt Das Wieder Auf Nämlich 1939 Im Oktober Schreibt Bergengrün An Schneider Ja Es Ist Eine Traurige Zeit Da Wird Nun Gerade Ein 800 Jahre Alter Baum Aus Gegraben Also Die Geschichte Der Deutschen Balten Im Baltikum Die sieht er Unwiderruflich Beendet Und Insofern Erinnert Er Mit seinen Arbeiten Daran Nicht Gehört Ich habe Also Glücklicherweise Noch In der Schule Die Feuerprobe Damals Ein Reklambändchen Lesen Können Und Hab Also Da Den Zugang gefunden Was Dankbarer Weil Mentalitäten Sich Eigentlich Nicht So Unmittelbar Mitteilen Aber Sie Kann Mir Im Grunde Eine Denkvorstellung Vermitteln Eine Weltsicht Ein Welt Verständnis Und Sie Vermittelt Im Grunde Dass Derjenige Der In Solchen Situationen In Großer Einsamkeit Seinen Kurs Hält Ja Zu Seinen Wertvorstellungen Steht Dass Der Im Grunde Ein Ganz Erheblichen Anteil Zur Überwindung Dieser Diktatur Und Der Verwüstung Die Sie Anrichtet Leistet Da Haben Wir Eigentlich Wenige Schriftsteller Wenn Sie Ich will Jetzt Nicht Mit Ihnen Mich Messen Aber Wenn Sie An Die 50er Jahre Denken Und An Den Literatur Streit Denken Und Wenn Sie Daran Denken Welche Rolle Die Gruppe 47 Spielte Und Wie Viele In Dieser Gruppe 47 Sich Buchstäblich Mit Dem Letzten Tag Des Krieges Neu Erfanden Alles Hinter Sich Ließen Alfred Anders Ich Hab Als Schüler Immer Gedacht Das Ist Ein Aufrechter Gegner Des Regimes Mir War Nicht Klar Dass Der Auch Als Propagandist Dieses Regimes Arbeit Oder Nehmen Wir Einen Anderen Ich bin Ja Hier In Bayern Und Kann Es Ja Sagen Tadeus Troll Kriegsberichterstatter Konrad Hans Hans Beyer Heißt Er Eigentlich Und Plötzlich Taucht Er Als Tadeus Troll Auf Und Als Kriegsberichterstatter Verdanken Wir Ihm Eigentlich Die Eindrucksvollsten Bilder Und Verdanken Seiche Zynisch Über Das Warschauer Ghetto Fünf Tage Ist Er In Diesem Ghetto Mit Fotografen Mit Rundfunkleuten Und Vergisst Es Ich glaube Dass wir Lernen Mössen Die Texte Der Einsamen In Den Diktatoren Zu Lesen Für mich Ist Einer Der Noch In Diese Reihe Gehört Hermann Lenz Auch Heute Weitgehend Vergessen Ja Der Eigentlich Auch Nur Seine Einsamkeit Beschreibt Der Gerne Schrieb Vita Tadeus Troll Aber Der Sich Deshalb Nicht In Eine Propagandakompanie Versetzen Dies Reinhold Schneider Unterscheidet Sich Allerdings Von Hermann Lenz In Einem Er Schrieb Im Grunde Für Die Opposition Er Suchte Sich Ein Verleger Im Elsass Rosse Der Immer Wieder Kleine Texte Von Schneider Der Wehrmacht Soldaten Zur Verfügung Stellten Und Hermann Lenz Und Schneider Unterscheiden Sich Auch Dadurch Als Hermann Lenz Anschließend Reflektiert Viele Jahre Später Reflektiert Was er Erlebt Hat Die Gedichte Von Lenz Und Bergengrün Sind Zeitursprünglich Die Zeitursprünglichkeit Der Gedichte Von Schneider Können Wir Allerdings Besser Belegen Als Die Zeitursprünglichkeit Mancher Gedichte Von Bergengrün Denn Zum Glück Haben wir Von Reinhold Schneider Eine Zehnbändige Aufgabe Die Eigentlich Auch Die Textgeschichte Mit Erschließt Ja Und Das Wäre Es Und Damit Würde Ich Schließen Tun Sie Auch Zu Bergengrün Hinzubekommen Es Ist Schwerer Als Bei Schneider Weil Er Viele Texte Einfach Auch Mehrfach Verwertet Hat Und In Unterschiedliche Anthologien Genommen Hat Und Das Stelle Ich Immer Wieder Fest Weil Ich Mich Im Augenblick Im Antiquariat Bediene Und Sie Nicht Beirren Durch Den Zeit Geschmack Der Im Grunde Uns Immer Wieder Einredet Das Schicksal Bestimmter Schriftsteller Seien Aus Der Zeit Zu Fallen Ich Habe Jetzt Relativ Frei Gesprochen Ich Habe Ein Manuskript Das Stelle Ich Dann Dem Herrn Präsidenten Zur Verfügung Aber Mir Kam Es Wirklich Auch Mal Darauf An Gemeinsam Mit Ihnen Zu Überlegen Warum Lohnt Sich Denn Eigentlich Die Beschäftigung Mit Einem Schriftsteller Von Dem Nun Alle Welt Sagt Die Seien Überholt Und Ich Glaube Das Nicht Denn Mein Großes Vorbild Ist Und Bleibt Hiob Nicht Weil Er So Leidensfähig War Sondern Weil Er Der Er 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 Jubelnd Sagen Konnte Ich Bin Ein Mensch Von Gestern Dank Schön Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja das sind wir Natürlich auch als Podcast Hier kannst du unsere Podcasts hören Anchor Spotify Apple Podcast iTunes Google Podcast Radio DE Und viele andere mehr